Das bewusste Inhalieren, das Gefühl, dass es hier angekommen und hier oben sein, das ist so etwas vom Schönsten, was es gibt beim Skituren. Also ich bin in Montafuhr auf die Welt gekommen, ich bin in Montafuhr aufgewachsen. Ich bin aber auch viel gereist, also bin schon viel um ein Land gehofft auf der Welt, aber für mich ist Montafuhr daheim und für mich ist das das Wichtigste, diese Gegend, die ich gut kenne, bei mir zu machen. Das Montafuhr ist für uns Bergführer ein wahnsinnig vielseitiges Gebiet. Erstens ist es riesig und wir haben total viele Möglichkeiten zum Skifahren, zum Skitouren, zum Klettern, genauso zum Wandern und Bergsteigen und für mich, wenn ich zur Hustür rausgehe, bin ich einfach schon mitten drin. Ich bin der Lukas Kühlechner, ich bin Berg- und Skifahrer da in Montafuhr. Warum sollte ein Gast mit einem Bergführer ins Gelände gehen, nicht mit irgendjemand? Ja, ich habe das gelernt. Das ist eine dreijährige Ausbildung, die wir durchlaufen. Wir sind täglich im Gelände, wir kennen das Gelände gut und es ist ziemlich wichtig, dass man sich mit der Materie befasst und nicht einfach nur auf gut Glück rausgeht. Ein guter Tag ist für mich dann, wenn der Gast happy ist, ein Smile im Gesicht hat, wenn ich gesund herkomme und alles gut gelaufen ist. Das heißt, Ihranovttet sich, dass man sich auf einem Druckだけ verlitten. Das estão mit meinem Hammer durchlässt. Untertitelung des ZDF, 2020